Wladimir Putin hat Südkorea davor gewarnt, dass es einen großen Fehler machen würde, wenn es die Ukraine im Krieg gegen Russland bewaffnen würde. Seine Kommentare kamen, nachdem Seoul erklärte, es erwäge eine solche Möglichkeit als Reaktion auf ein neues Verteidigungsabkommen zwischen Russland und Nordkorea, das besagt, dass sie einander im Falle eines Angriffs auf eines der beiden Länder helfen würden. Moskau wird Entscheidungen treffen, die der aktuellen Führung Südkoreas wahrscheinlich nicht gefallen werden, wenn Seoul beschließt, Kiew mit Waffen zu beliefern, sagte Putin gegenüber Reportern. Der russische Führer sprach in Vietnam, unmittelbar nach einem Besuch in Pyongyang, wo er mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen unterzeichnete. Putin warnte außerdem, dass Moskau bereit sei, Pyongyang zu bewaffnen, wenn die USA und ihre Verbündeten weiterhin die Ukraine mit Waffen versorgen. Diejenigen, die der Ukraine Waffen liefern, glauben, dass sie nicht im Krieg mit uns sind. Ich habe bereits früher gesagt, dass wir uns dann das Recht vorbehalten, andere Regionen der Welt, einschließlich Pyongyang, mit Waffen zu versorgen, sagte Putin. Seoul hatte das Abkommen zwischen Russland und Nordkorea zuvor verurteilt und es als Bedrohung für die nationale Sicherheit bezeichnet.